Super Neuigkeiten aus den USA. Die Pius-Bruderschaft hat eine neue Kirche eingeweiht. Hallo und herzlich willkommen bei Katplosiv, die Priesterbruderschaft St. Pius X. Sie steht für die katholische Tradition, für den überlieferten katholischen Glauben. Sie ist wahrhaft ein Anker, ein sicheres Schiff in diesen stürmischen Zeiten, wo die Wellen von Ökumenismus, Modernismus und Liberalismus immer höher schlagen. Und das erkennen viele Gläubige, die auf diesen ganzen Zirkus, der gerade in der Kirche herrscht, keine Lust mehr haben. Denn bei der Pius-Bruderschaft sind sie davor gesichert. Jetzt hat die Pius-Bruderschaft in den USA eine wunderschöne, imposante Kirche gebaut und sie wurde eingeweiht von Bischof Fellay. Ich werde mal ein paar Bilder dieser wunderschönen Zeremonie einblenden. Um die 2000 Gläubigen waren dort anwesend und der Bischof erweihte die Kirche ein. Alles im alten Ritus. Das Kreuz wird gesalbt. Der Altar wird gesalbt. So, dass das heilige Messopfer dort würdig dargebracht wird. Der Kirchenbau hat wohl 42 Millionen Dollar gekostet. Alles aus Spenden finanziert. Die Pius-Bruderschaft, sie wächst und gedeiht. Wie es im Apostelbrief heißt, was man sät, das erntet man. Die Pius-Bruderschaft, sie sät den katholischen Glauben aus und das ist die Frucht, die sie bringt. Immer mehr Gläubige kommen zur katholischen Tradition. Sie haben keine Lust auf Modernismus und Liberalismus, denn die Pius-Bruderschaft, sie steht dem entgegen. Auch hierzulande ist die Priesterbruderschaft St. Pius X. ein sicherer Hafen für unseren Glauben. Wo wir als Katholiken einfach katholisch sein können, ohne dass uns irgendwelche Modernisierungs- und Neuerungsversuche aufgezwungen werden. Wo es kein verwässertes Evangelium gibt, sondern der alte katholische überlieferte Glaube gelebt, geglaubt und praktiziert wird. Ich wünsche euch den Segen unseres Herrn Jesus Christus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.